Die Verteidigungsminister Südkoreas der USA und Japan sind am Rande des asiatischen Sicherheitsgipfels in Singapur zu einem trilateralen Gespräch zusammengekommen. Beim ersten trilateralen Verteidigungsministertreffen seit zwei Jahren und sieben Monaten stand ein gemeinsames Vorgehen gegen die nukleare Bedrohung aus Nordkorea oben auf der Tagesordnung. Die Minister vereinbarten, für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel Eng zu kooperieren und präsentierten konkrete Maßnahmen gegen Nordkoreas Provokationen mit ballistischen Raketen. Sie beschlossen, Übungen zur Raketenwarnung und zur Detektion und Nachverfolgung ballistischer Raketen auf regelmäßiger Grundlage abzuhalten. Bisher wurde die Abhaltung solcher Übungen oftmals nicht bekannt gemacht. Als Zeichen der Warnung an Nordkorea will man solche Übungen künftig in aller Öffentlichkeit durchführen. Auch wird die Möglichkeit erwähnt, dass die trilateralen Übungen zur U-Boot-Abwehr, Terrorismusbekämpfung und Katastrophenhilfe wieder aufgenommen würden, die seit 2018 angesichts der angespannten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan nicht mehr durchgeführt wurden. Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilt jedoch die Position mit, dass es noch zu früh sei, mit Japan eine gemeinsame Militärübung abzuhalten, für die viele Truppen mobilisiert werden. Verteidigungsminister Lee Jong-sop sagte, die Abhaltung einer Militärübung zwischen Südkorea und den USA unterscheide sich von der Abhaltung einer Übung zwischen Südkorea, den USA und Japan. Südkorea müsse daran anders herangehen. Südkorea Südkorea Südkorea